...her genannt wird, hat dieses Spiel nur am Anfang kontrolliert. Jetzt der Konter von Brunzec! Oh, das war die Riesenchance, hier möglicherweise alles klar zu machen. Da hat ihm wahrscheinlich die Luft... ...Kraus, das war Krims Kopfball, der längste Mann der Borussia, 1,89. Dremlers Schuss, die Bayern haben noch längst nicht aufgesteckt. ...Augenthaler. Oho! Man weiß ja von Klaus Augenthaler, wie der schießen kann. Und Tremler sicherlich schuldlos. Oh, weia! Haben Sie diesen leichtsinnigen Hannes gesehen? Glück für Mönchengladbach! Matthäus, jetzt wird er stärker. Vielleicht hat er jetzt die Hemmungen, die er zweifellos hatte in der ersten Stunde. Der Roland Wohlfahrt hat heute kein Glück. Die dritte, hundertprozentige Torschance. ...Gladbach, so stand es schon in der 33. Minute. Und Hoeneß! Der Anschlusstreffer! Und jetzt, meine Damen und Herren, wird es mit Sicherheit nochmal ganz, ganz spannend. In der 87. Minute köpft Dieter Hoeneß sein zweites Tor in der laufenden Saison. Wie wichtig es wird, das wird man in drei Minuten wissen. Hier die Wiederholung. Unhaltbar für Sude. Was machen die Gladbacher jetzt? Halten oder angreifen? Das hätte den Mönchengladbachern gefehlt. Ein Nachholspiel hat überholt werden könnte. Lothar Matthäus. Und in die vielen Pfiffe gegen Matthäus kommt der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Niebergall, der das Spiel im Großen und Ganzen ordentlich über die Bühne gebracht hat. Riesenjubel bei den Gladbachern. Aufatmen sicherlich in der Bundesliga. Liebe Bayern-Fans, das müsst ihr verstehen. Die Bayern sind an der Spitze. Sie waren die beste Mannschaft der Vorrunde. Hier sah man mal ganz kurz auch den Trainer Udo Lach.